Scheiß Nazi, stirb! Shit, Alter, ich muss los, okay. Hey, boah, sorry, dass ich so spät bin. Hi. Bisschen hängen geblieben irgendwie. Was hast du denn da an? Ja klar, das ist alt, aber ist doch ein Klassiker, oder? Ja, das geht doch gar nicht. Hey, was meinst du denn? Na, der tritt dem gegen den Kopf und du trägst es auf der Brust herum. Findest du das geil oder so? Naja, der tritt halt in einen Fascho. Ja und? Immer dasselbe mit dir, ey. Am Ende führt Gewalt doch immer nur zu noch mehr Gewalt. Jetzt geht das schon wieder los. Wer kennt's nicht? Die Welt steht in Flammen, Menschen erfrieren mitten in Europa, andere werden in Kriegsgebieten zurückgelassen. Aber ihr macht euch nur Sorgen darum, ob irgendein Nazi aufs Maul kriegt oder ob irgendwo eine Glasscheibe zerbricht. So viele Menschen fühlen sich unwohl mit Gewalt. Vor allen Dingen, wenn vielleicht ihr eigenes Auto betroffen sein könnte. Mir geht es auch so. Doch ist es falsch, in einer Welt voller Gewalt, Gewalt unter den richtigen Bedingungen notwendig zu finden? Versteht mich nicht falsch. Ich finde das Streben nach Pazifismus absolut unterstützenswert. Und ich würde einfach mal frei heraus behaupten, dass die meisten radikalen Linken sich eine Welt ohne Gewalt wünschen. Ein Ende der Gewalt. Bin ich also Pazifistin? Pazifistinnen beziehen sich auf unterschiedliche Grundlagen. Wer hätte es gedacht? Ich finde den bürgerlichen Pazifismus nun ja naiv und heuchlerisch. Denn sie sind die VorgängerInnen von all den Konservativen und Liberalen, die heute bei jeder zerdepperten Glasscheibe nach Frieden und Gewaltlosigkeit schreien. Die EU hat 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Eine Anerkennung für viele Jahrzehnte Frieden, Versöhnung und Demokratie. Aha. Ich wusste gar nicht, dass man für Frieden ausgezeichnet wird, wenn man sich so verhält, dass Menschen sterben. Die Gewaltlosigkeit bürgerlicher Pazifistinnen, heute wie damals, betrifft nicht jede Gewalt. Sie bewegt sich in einem gewissen Rahmen, der gesellschaftlich anerkannt ist. So müssen manche Kriege eben mit einer Rechtfertigung geführt werden. Die Afghanistan-Kriege oder der Kosovo-Krieg sind gute Beispiele dafür. Sowas wird dann eben auch von den Grünen, die ja aus einer antimilitaristischen Tradition stammen, mitgetragen. Bürgerlicher Pazifismus bewegt sich in einem liberal-kapitalistischen Rahmen, der festlegt, welche Gewalt okay ist und welche nicht. Heute wie damals ist es okay, Gewalt auszuüben, wenn sie sich gegen einen bestimmten kollektiven Feind richtet. Dementsprechend sehen wir die eigene Gewalt, auf der unsere Gesellschaft beruht, als human und gerecht an. Wir sehen Bullen-, pardon, ich meine natürlich Polizeigewalt, als Ordnungsschaffen statt als mörderisch. Wir sehen Kriege als Befreiung statt als mörderisch. Doch es gab auch Pazifistinnen, die das anders sahen. Und das waren radikale Linke, Sozialistinnen. Die hatten den radikalen Gedanken, dass es keinerlei Rechtfertigung für Gewalt und Krieg geben kann und dass sich Gewalt eben auch woanders zeigt in unserer kapitalistischen Gesellschaft. Linke Pazifismus sah also auch strukturelle Gewalt, Hunger, Obdachlosigkeit, Ausbeutung durch Lohnarbeit als Gewalt an. Sein Vorreiter Kurt Hiller kam schließlich zu dem Schluss, dass nur der Sozialismus, der die strukturelle Gewalt ausschließt, einen dauerhaften Friedenszustand garantieren kann. Der revolutionäre Pazifismus hat immer wieder ausgesprochen, dass Pazifismus eine Doktrin des Ziels, nicht des Weges ist. Dass der Weg zum Ziel durch Blut führen kann. Auch in der radikalen Linken tun sich viele Leute schwer mit Gewalt. Der Weg zum Ziel durch Blut, das schreckt doch ab. Dass sich Linke über ihre Außenwirkung Gedanken machen, ist natürlich total wichtig. Schließlich sind wir immer noch viel zu wenige und es ist eine ganz schön krasse Aufgabe, Leute davon zu überzeugen, die kapitalistische Ideologie hinter sich zu lassen. Und seien wir ehrlich, Black Block scheint da nicht die richtige Taktik zu sein. Der schwarze Block ist aber auch keine Kommunikationstaktik, sondern eine zum Schutz der Teilnehmerinnen einer Aktion. Natürlich, die Farbe Schwarz und eine gesichtslose Masse an Menschen, die macht einen bestimmten Eindruck. Aber immer nur darauf hinzuweisen, wie scary Black Block ist, wird der Taktik nicht gerecht. Andreas Malm setzt sich in seinem Buch, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt, mit der Frage nach Gewaltanwendung innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung auseinander. Dass wir auf den Eisenbahnschienen in Groningen zusammengeschlagen worden waren, brachte uns die Sympathie der niederländischen Presse ein. Niemand konnte uns unterstellen, wir seien sowas wie Terroristinnen. Hätten manche von uns in Göteborg damit begonnen, auf die Zäune einzuhämmern oder mit Steinschleudern gegen die Lastwagen vorzugehen, die Szenen hätten in Chaos geendet. Wir wären eingekesselt und ins Gefängnis transportiert worden. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, meine beiden Kinder mit auf das Gelände zu bringen und stundenlang mit ihnen zu spielen. Malm analysiert die Klimabewegung als stark pazifistisch geprägt. Besonders vom moralischen Pazifismus sei sie beeinflusst, der sogar von Selbstverteidigung absieht. Für heute spielt aber eine strategische Überlegung, ein strategischer Pazifismus eine besondere Rolle. Der analogisch-strategische Pazifismus ist vielmehr der Ansicht, dass Gewalt in jeglicher Situation schlecht ist. Schließlich zeige das die Geschichte. Erfolg gebühre allein den Friedfertigen. Ja klar spiele ich Ballerspiele. Aber du schaust doch auch den ganzen Tag wie so eine süchtige Law & Order. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, aber das ist doch Fiktion. Also, ich werde ja keine Polizistin, nur weil ich gerne im Fernsehen sehe, wie die Kriminellen die Fresse polieren. Das ist ja auch gerechtfertigt. Und außerdem, diese Gewalt ist ja nicht echt oder so. Ist sie nicht? Lebst du hinterm Mond oder was? Hast du es schon mal von Uri Jalloh gehört? Oder den zig Fällen von Polizeigewalt ohne Todesfolge? Aber das finde ich ja nicht okay. Du sagst doch, dieses Shirt zeigt, dass es okay ist Nazis zu hauen. Und ich sage jetzt, Law & Order oder hier deine Tasche da oder sowas, sind doch auch Manifestationen von Gewalt in unserer Kultur. Und die normalisieren diese spezifische Art von Gewalt doch genauso. Wir können doch nur darüber streiten, welches die bessere Art von Gewalt ist oder ob es überhaupt eine gute Gewalt gibt. Zeigt die Geschichte, dass Gewaltlosigkeit gewinnt? Im kollektiven Gedächtnis bleibt der friedliche Protest. Die Abolitionistinnen, Gandhi, Martin Luther King oder die Suffragetten. Und darauf bezieht sich auch die Klimabewegung oft. Doch irgendwie wird da schon ganz schön viel vergessen. Wenn man über den Widerstand gegen die Sklaverei spricht, dann darf man die blutige haitianische Revolution nicht vergessen. Gandhi hat sicherlich was bewegt, aber was ist mit dem indischen Ausstand von 1857? Was ist mit dem Black Panther? Und die Suffragetten waren nicht gerade friedlich. Zerstörung von Eigentum war ihre bevorzugte Taktik. An dieser Stelle gönnt euch die Auflistung der militanten Aktion der Suffragetten von Diane Atkinson. Deshalb haben wir heute Wahlrechtgenossinnen. Heute sind wir schon so weit, dass allein Landfriedensbruch als massive Gewalttaten beschrieben wird. Was sollen wir denn noch machen, um uns gegen den schrecklichen Status Quo zu wehren? Ach ja, Kerzen, Händchen halten, Petitionen unterschreiben. Das Beharren darauf, militante Aktionen unter den Teppich der Zivilität zu kehren, das heutzutage nicht allein innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung, sondern auch in den meisten angloamerikanischen Ansichten und Theorien hinsichtlich sozialer Bewegung vorherrscht, stellt selbst ein Symptom der eklatant gewordenen Kluft zwischen der Gegenwart und all dem, was von den haitianischen Revolutionen bis hin zu den Krawallen um die Kopfsteuer passiert ist dar. Es ist ein Symptom des Niedergangs revolutionärer Politik. Wir wissen alle, wie viele Petitionen Nazis schon vom Morden abgehalten haben. Warum wird Demut so hoch angesehen? Liegt es an unserer christlichen Kultur? Die andere Wange hinhalten? Ausgerechnet in Deutschland, wo historisch so klar ist, dass die schlimmste Gewalt, Vernichtung, nur eben mit Gewalt, in dem Fall Bomben, aufgehalten werden kann, müsste es doch eine gewisse Toleranz für Gewalt gegen Neonazis geben, oder? Naja, wenn die deutschen AntifaschistInnen wären vielleicht. Hinter der repetitiven, immer gleichen Abfolge von Gedenkfeiern und Reden steht doch das Abfeiern der eigenen Betroffenheit und dem Wunsch nach Normalität für die TäterInnen. Statt Neonazis zu bekämpfen, feiert man sich lieber als GedenkweltmeisterInnen. Vielleicht wäre hier ein bisschen Demut angesagt. Ist die Lehre aus der Shoah Pazifismus? Sicherlich, als Ziel. Aber was bedeutet Wiedergutmachung? Kann es sein, dass da auch Rache eine Rolle spielt? Nachdem wir alles gehört haben, was dort passiert ist, war es mein Bedürfnis, irgendwie Rache zu üben. Und ich war nicht allein und wir konnten damals Nazi-Kommandanten von der SS finden und dann haben wir eben getan, was wir getan haben. Keiner ist zurückgekehrt nach Hause. Das Grauen der Shoah muss nicht auszuhalten sein. Wie kann man von Menschen erwarten, dass sie zu einer friedlichen Normalität zurückkehren, nachdem sie dieses Grauen erfahren haben? Warum sollten Jüdinnen, die ohne Differenzierung von den Deutschen ermordet wurden, zwischen den TäterInnen, den Deutschen, differenzieren? Und tatsächlich gab es Jüdinnen, die nach 1945 Rache übten. Eine Gruppe ehemaliger jüdischer Partisaninnen, die sich übersetzt das Blut der Juden rechtsig nannten, verfolgte ganz konkrete Rachepläne. Das Vergiften der Trinkwasserzufuhr deutscher Städte, die scheiterte, sowie das Bestreichen von Broten für ein SS-Internierungslager mit Arsen, was zu tausenden erkrankten Insassen führte. So konkret gewalttätig waren die von Rachegefühlen geleiteten Handlungen aber nur selten. So verwies die in New York lehrende Historikerin Athena Grossmann 2002 auf die außergewöhnlich hohe Heirats- und Geburtenrate in den Lagern für Displaced Persons, die sie als Form der Rache an den narzisstischen Vernichtungsplänen versteht. Czolleck argumentiert, dass das deutsche Gedächtnistheater das jüdische Opfer braucht, um wirksam zu sein. Das dann zu brechen, und sei es nur künstlerisch, erlaube eine andere Selbstpositionierung. Juden, das sind in dieser Kunstzufolge nicht nur Opferfiguren, sondern ebenso Racheengel, Sieger über den Faschismus. Und sie erlaubt eine Umdeutung diskriminierender Diskurse. Antisemitische Werke, die das Klischee des rachsüchtigen Judens illustrieren, können vor dem Hintergrund der Rache an der Schoah anders, rebellisch, stark gewertet werden. Rachekunst, so Czolleck, nutzt Rache für eine gegenwärtige jüdische Selbstbestimmung. Doch gleichzeitig destabilisiere sie. Denn das Selbstverständnis vieler Jüdinnen heute beruhe eben auf Friedfertigkeit. Eine stabile und eindeutige Position. Ich glaube, der Knackpunkt vieler Linker, die sich unwohl mit Gewalt gegen Nazis oder Gegenständen fühlen, ist eine stabile Positionierung in einer Welt voller Widersprüche, voller Gewalt. Auf diese Weise kann man sich sicher sein. Wir sind die Guten. Ich glaube, hier und heute pazifistisch zu sein, ist ein Privileg. Stell dir mal vor, du hast jeden Tag mit Gewalt zu tun. Zum Beispiel hast du schon tausendmal von den Kops auf die Fresse bekommen und erwartest eigentlich jederzeit wieder eine Bullenkontrolle. Aber mir fällt nicht nur Diskriminierung da ein. Zum Beispiel auch Armut. Weißt du noch Jenny aus der Grundschule? Die wollte doch nur normal sein, aber wir haben sie so krass ausgegrenzt, weil sie offensichtlich aus einer armen Familie kam und ein bisschen verwahrlost aussah. Das macht doch was mit dir. Wie sollst du denn da ein friedliebender Mensch werden? Ja, klar. Aber was hilft es Jenny, wenn ihr dann Scheiben einwerft? Na ja. Also immerhin zeigen wir, dass wir nicht mit dieser Scheiße zufrieden sind. Aber das checkt doch niemand. Wenn ihr ein Ende der Gewalt wollt, ist es dann ein guter Look, Krawall zu machen? Ich glaube einfach, Gewalt wird schnell zum Selbstzweck. Das macht doch was mit dir, wenn du regelmäßig und selbstverständlich Gewalt ausübst. Was ist, wenn du irgendwann so viel Spaß daran hast, gewalttätig zu sein, dass du keine Rechtfertigung mehr dafür brauchst? Wenn du dir dabei einredest, dass es sinnvoll und richtig ist, dann kannst du doch deinen Fetisch, die Geilheit, die du dabei spürst, prima verstecken. Gewalt ist halt wirklich immer nur situativ sinnvoll. Und natürlich muss man da aufpassen. Also, ich würde sagen, als Kollektiv immer ein Auge darauf haben, dass Gewalt nicht eskaliert. Selbstkritisch bleiben und sich immer wieder hinterfragen. Natürlich, das ist total wichtig. Aber bei den krassen Widerständen, die uns im Kampf für eine bessere Welt durchs Kapital und den Staat entgegenstehen, kann man doch Militanz als Mittel nicht ignorieren. Ich glaube nicht, dass wir da durch Reformen hinkommen und eine Revolution wird halt gegebenenfalls blutig. Aber woher weißt du denn, dass Gewalt, dann halt revolutionäre Gewalt, nicht normalisiert und glorifiziert wird? Vor allem auch nach der Revolution. Die kommunistischen Revolutionen, so die landläufige Meinung, waren nicht mehr als Gewalt und Terror. Die größte Tragödie, so Binia Damschak, war der Stalinismus. Er war und ist eine Tragödie insbesondere für Kommunistinnen. Denn aus der einen erfolgreichen sozialistischen Revolution ging die Terrorherrschaft des Stalinismus hervor, die vielen linken Revolutionären das Leben kostete. Binia Damschak beschreibt ein Phänomen, das viele Menschen, insbesondere Kommunistinnen, nach der russischen Revolution erlebten. Die postrevolutionäre Depression. Ihre Sehnsucht richtete sich nach dem gewalttätigen Aufstand der Vergangenheit. Eine Sehnsucht, die im Stalinismus durch den Kriegskommunismus aufgefangen wurde. Ein Wort, was in sich paradox ist. Der Aufbau einer postrevolutionären Ordnung, eine zukünftige Utopie, scheint weniger begehrenswert gewesen zu sein. Der Stalinismus brachte wenigstens wieder eine kriegerische Stimmung. Doch ging es, im Nachhinein betrachtet, bei diesem Klassenkampf doch weniger um die Klasse, als mehr um den Kampf. Die stalinistische Konterrevolution verband den Aufbau der neuen Welt, verstanden als industrielle Produktivkraftentwicklung mit dem Angriff auf die alte Welt, verstanden als Kampf gegen immer neu zu konstruierende Feindgruppen. So trug die forcierte, nachholende Entwicklung die Form einer nachholenden Revolution. Damit war der postrevolutionäre Revolutionarismus im Dienste des Staates auch eine Antwort auf die affektive Atmosphäre, die während der 20er Jahre viele Kommunistinnen umgab. Die nostalgische Sehnsucht nach einer siegreichen, aber verlorenen, bei vergangenen Revolution. Ein Paradox. Die Fixierung auf die Revolution lässt die Revolution siegen und scheitern. Adamczak stellt die Frage, ob die postrevolutionäre Depression tatsächlich ein Ausdruck von einem Wunsch nach Aufregung, Abenteuer, ja Gewalt war. Was betrauerten die Kommunistinnen an der Revolution? War es am Ende nicht der Krieg, sondern der Kommunismus? Einige der ehemaligen RevolutionärInnen wünschen sich nicht in erster Linie den Kampf zurück, sondern die Gemeinschaft, die Gleichheit revolutionärer Tage. Solidarität als Voraussetzung und Effekt des Kampfes. Adamczak schreibt, In die eine Richtung ist das von der anarchistischen Kritik am marxistischen Revolutionsmodell geleistet worden. Die verlangt, dass Momente der Utopie bereits in der Revolution aufgehoben werden, dass die Bewegung zu einer besseren Gesellschaft bereits Werbung für diese ist. Die Erfahrung des Stalinismus hat die Kritik unabweislich gemacht. Der gute Zweck legitimiert nicht die schlechten Mittel. Die schlechten Mittel delegitimieren den guten Zweck. Vielleicht sollte unser Fokus bei aller Frustration mit, bei aller Wut über unsere schreckliche, gewaltvolle Gesellschaft nicht der Krieg, nicht die Rache sein, sondern der Kommunismus. Die Kooperation, die Beziehungsweise, die Solidarität. Mit all den Widersprüchen, die Beziehungen nun mal ausmachen. Es lohnt sich aber, im gemeinsamen Kampf die Zärtlichkeit zwischen Genossinnen zu betonen. Wir haben natürlich keine Garantie dafür, dass alle Menschen friedlich miteinander umgehen werden. Aber ist es nicht ein Versuch wert? Und müssen wir nicht jetzt dafür sorgen, und zwar mit allen Mitteln, dass die Gewalt unserer Gesellschaft nicht schlimmer wird? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Es ist halt eine Risikokalkulation. Was meinst du denn? Na, wir müssen entscheiden, ob wir diese schreckliche Welt hinnehmen wollen. Wollen wir es riskieren, dass revolutionäre Gewalt außer Kontrolle gerät und in der Revolution vielleicht ein paar Leute zu viel einen Kopf kürzer gemacht werden? Oder nehmen wir das Risiko hin, mit der Ungerechtigkeit und Gewalt unserer kapitalistischen Gesellschaft Frieden zu schließen und so passiv noch mehr Gewalt oder sogar Vernichtung zu unterstützen? Vielen Dank.